Hey, yo, Henningti, was geht ab? Hallo, ich bin hier mit dem Start, und herzlich willkommen zu einem neuen Guitr5 bei Bivito-Lotter. Wie ihr sehen könnt, wir sind gerade hier zu Hause. Und zwar, heute fahren wir ein bisschen mit dem neuen Auto. Also, ganz genau. Die Leute, die es gesehen haben, ich habe mir zwei neue Auto geöffnet. Wir gehen erstmal kurz jetzt hier in die Garage rein. So, ganz kurz hier rein. Äh, hallo? Ey, ey, ey! Bro, Amina, 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 nonine! Oh, Leute, Leute, nein, 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 nein. Das ist ein Gelber. Ich glaube, das muss ein Warguss sein, Leute. Wir müssen schnell hinterher. Da ist er noch. Bleib stehen. Oh mein Gott, Leute. Leute, Leute, Leute. Verdammt, Leute. Wir müssen hinterher, Leute. Warum klauen sie mein Auto? Aber, Leute, ihr wisst, wie das Ganze anfängt. Immer lasst ein Like. Da will ich die Glocke aktivieren. Und ich würde sagen, wir holen uns erstmal unser Jaguar jetzt wieder, Leute. Warum klauen die Leute ein Auto von mir direkt? Oh, der hat einen dicken Unfall gebaut. Mein schöner Jaguar. Ey, bleib stehen. Oh nein. Oh nein. Ich mach dir ein Loch mehr kaputt. So, bleib stehen. Oder ich... Nein, nein, nein. Nein, nein. Leute, ich kann dir auch mal ausschließen, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. Bleib stehen. Nein, 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 nein. Hey, Leute, 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 Leute. So. Bleib. Oh nein, 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 nein. Seine Freunde sind das. Oh, komm raus. Der muss aussteigen mal langsam. Oh, bleib mal stehen jetzt hier. Was ist das für eine... Oh nein, nein, nein. Er bleibt nicht stehen. Er denkt wohl, ich hab Angst vor denen. Oh nein, nein, nein. Oh, seine Freunde kommen alle, Leute. Oh, wir müssen hier alles weg, Mann. Hier Deckung nehmen. Okay, der ist erstmal weg jetzt hier. Okay, der weg. So, der weg. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh komm. Oh mein Gott, Leute, es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Oh, ich schießt immer mehr. Ich schießt immer mehr, Leute. Wir machen die Vagos jetzt erstmal hier kaputt. So. Oh, nein, 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 nein. Oh. So, hier ist doch einer. Komm, komm her. Komm her. Komm her. Na, 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 na. Na, 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 na. Das muss doch irgendwo einer sein, Leute. Ja. So, den haben wir auch erledigt. Einer noch übrig hier. Den schnappen wir uns auch noch. Bleib stehen! Hä? Wo? Hä? Was hast du denn hier? Was sollte das, Mann? Wie, was sollte das? Was sollte das, Mann? Das waren meine Leute. Warte, da ist einer! Ich wollte mich um sie kümmern, Mann. Da hinten sind noch Vargos. Ja, Digga, dann kümmer dich mal da rum. Die haben mein Auto geklaut. Ja, jetzt ist es schon zu spät, Mann. Man tötet keine Verbrecher, man nimmt sie besser mit. Was ist, wenn die auf mich schießen? Du hast eingefangen. Die haben auf mich geschossen. Meine Güte. Ey, was machst du da? Das reicht. Ey, mach meine Autos los. Das ist eine Bestrafung für dich. Ey, Digga, mach mal meine Autos jetzt los hier. Was? Du hast Menschen getötet. Jetzt lebe damit. Ey, das war Notwehr. Das war mein Job. Wenn du deinen Job mal richtig machen würdest, hätte ich das nicht machen müssen. Ey, Leute, was ist los mit dem? Was ist mit dem? Ey, hallo. Auf Wiedersehen. Oh, Leute, jetzt muss ich wirklich, jetzt muss ich hier wirklich, mein, verdammt nochmal. So, wo ist denn hier? So, perfekt. Leute, wir müssen jetzt erstmal, so, nochmal, nochmal und. Oh, dein letztes Mal, dann sind wir gleich durch. Oh, ey, wo ist dieser Blödmann, Leute? Die Jager holen wir noch später ab, Alter. Was soll der Mist? Wo ist denn dieser blöde Spider-Man, Leute? Hey. Was? Hier bei dir. Da hast du deine Lektion hoffentlich gelernt, oder? Oh, wo bist denn du? Ach, da. Auf dem Dach, Mann. Ey, ey, lass mal, ey. Wir nehmen dich. Oh, Leute. Oh, Mann. Ey, spring doch nicht. Hör doch mal auf. Was willst du von mir? Willst du, wow. Oh, du Trottel. Was ist denn? Was ist denn? Du sollst ja aufhören, hier Chaos zu sorgen. Das ist meine Stadt. Ich will nicht. Das ist jetzt dein Ernst. Lass mich doch mal raus hier. Ja, weil du... Ey. Bleib hängen. Wir müssen das durchschießen. Wir müssen das durchschießen. Wir müssen das durchschießen. Wir müssen das gleich durch. Wir müssen das gleich durch. Okay, Leute. Das ist der Spider-Man. Oh, Leute. Okay, er geht da rüber. Oh, wartet mal, Leute. Dahinten ist doch so ein Geheim. Ey, ist das vielleicht von Spider-Man, Leute? Das müssen wir mal ganz kurz abchecken, Leute. Wir fahren kurz rüber. Okay, Leute. Ich habe den irgendwo hier verfolgt, Leute. Ich muss doch so ein Geheim versteckt sein. Ey, Leute. Der ist hier rüber geschwungen, geschwungen, geschwungen. Wisst ihr, wie schwer es war, den irgendwie hier zu kriegen? Oh, da sind ein paar Leute, Leute. Ich glaube, da hinten ist der. Ja, ja, das ist Spider-Man. Er ist in der Garage da rein. Okay, Leute. Wir müssen da irgendwie reingehen, Leute. Der kriegt erstmal Rache zu spät. Aber bevor das weitergeht, hier, Leute, wir müssen unseren R8 erstmal verstecken. Damit er das nicht mehr irgendwie wegmachen kann oder irgendwie... Oh, hier ist, glaube ich, gut. Hier ist, glaube ich, ein gutes Versteck, Leute. Genau hier rein verstecken wir unseren R8. So, der ist jetzt hier versteckt, Leute. Und dann gehen wir mal ganz kurz abchecken, was da hinten eigentlich so los ist. Oh, oh, oh. Kleines Auto. Was ist das denn? Es ist Spider-Man. Er fährt wahrscheinlich rum. Ich werde ja kurz weg oder so, Leute. Dann können wir da reingehen und was klauen. Oh mein Gott, wie gut wird das denn? So, wir gehen mal ganz kurz hier so rüber. Und jetzt müssen wir diese Wachen ausschalten da, Leute. Einen Schuss mit der Sniper können wir zwei Stück ausrotten. Das wäre möglich. Wir müssen weiter so... Oh, das liegt hier. Ich will hier noch irgendwo rumfahren. Nein, 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 Leute. So, wir gehen ganz kurz jetzt hier so durch. Okay, Leute, wir machen jetzt einen Schuss. Zwei, Leute. Wünscht mir Glück und... Perfekt. Oh, nein, 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 nein. Okay, die hauen ab, Leute. Das sind eh normale Arbeiter. So, jetzt gehen wir hier langsam... Oh, nice. Nice, nice, nice. Und nochmal... Die zwei in der Garage weg. Ich will nur rumfahren. Hey! Wer ist hier? Leute, wir müssen versuchen, ihn zu tasern. Wer ist hier? Rauskommen! Kam aus meiner Garage raus! Leute, er hat... Er hat auch teilweise... Weil er weit weg ist, aber im Close-Range ist er nicht so stark, Leute. Das müssen wir ausnutzen. Hallo! Komm raus! Komm, 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 komm. Okay, Elektroschocker und... Oh! Oh, nein, nein, nein. Ich... Oh! 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 So! Ja! Oh, nein, nein. Komm, 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 komm. Wir müssen schnell das Auto hier rein. Na, Spidey! Ah! So, Leute, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Nein, nein, nein. Ich krieg dich! Nein, Leute. Und raus! Ah! Und... Oh, mein Gott! Hab ich das kaputt gemacht. Ah, Spidey! Er bleibt dran! Ja, du bleibst dran! Dann komm mal mit jetzt hier! Okay, Leute, Leute. Oh, mein Gott, der ist da hinten voll dran. Okay, Leute, ich hab die Idee. Ich hab die Idee. Okay, komm mit! Oh, das ist mir ein bisschen versucht, um irgendein zu klatschen. Oh! Der ist ja gut verkehend geklatscht. Ist er bewusstlos? Und... Bamm! Oh, mein Gott, was kann dieses Auto eigentlich... Ey, yo, Spidey! Danke dir für das Auto! Bleib schön! Ach, Digga. Komm, häng dich doch dran! Willst du echt wieder mit... Oh, der will mitfliegen. Dann komm mal mit! Und... Jappa! Let's go, Spidey! Wir haben eine kleine Stadttour, oder? Was sagst du? So! Leute, ich hab' ne Idee. Ich hab' ne Idee, Leute. Oh, nein, mach... Oh, nein, mach... Oh, nein, 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 nein. Tschüss, Spidey! Oh, mein Gott, Leute. Oh, mein Gott, was haben die grad gemacht? Wir müssen sich halt so leid da sprechen. Ich schwimme mit. Boah, Leute, Leute, wir müssen jetzt irgendwie hochkommen. Aber hey, wenn Spider-Man doch obstehen ist, Leute, da haben wir vielleicht ein kleines Problem. Ich guck mal ganz kurz. Oh. Ähm. Spidey? Spider-Man? Das ist dafür, dass du meine Autos dran gemacht hast. Ah, Leute. Oh, war das anstrengend, Alter. Ey, was für ein richtiger Volltrottel. Aber ich würd' sagen, wir können uns das R8 abholen, Leute. Und dann können wir wieder zu normalen Geschäften gehen, Leute. Was, 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 was... Was wollt dieser Superheld von mir, Alter? Leute, ich hab' ganz normal mein Auto geklaut. Ich hab's wiedergeholt, ja? Und der bestraft mich dafür? Wo sind wir denn hier gelandet, Alter? Sind alle Superhelden, solche Idioten? Ich hoffe nicht, Leute. Aber wir fahren jetzt zurück zum R8. Aber, Leute, hier müssen doch R8 drin sein. Da ist er... Da klaut einer. Leute, der klaut einfach meine R8. Aber der weiß nicht, dass er meiner ist. Was machst du mit meinem R8, du Trottel? Aua, aua, aua. Oh, Leute, wir müssen den verfolgen. Wir müssen den verfolgen, Leute. Oh, so wie kann man hier raus, Alter. Leute, was ist das? Wer klaut einfach so meine R8? Aber der Typ weiß halt nicht, dass es mein Auto ist. Ich will gar nicht mehr verfolgen, Leute. Ich muss jetzt Gas geben. Wohin hat er den gebracht, Leute? Ey, Leute, ich verfolge den schon durch die ganze Stadt, Leute. Der hat ihn ein bisschen langsamer gemacht. Jetzt gibt er wieder Kickdown. Ey, was machst du mit meinem R8, du Trottel, Alter? Mein schönes Auto. Oh, nein. Hä? Oh, nein, Leute. Sagt mir nicht. Wir werden ihn konfrontieren gehen, Leute. ist was ich diese ohne stress was machen heute ich kriege mit dem ganz normal sagt hey dass mein auto geklaut das war meins muss wahrscheinlich ich war keine anzeige aber gibt mir das bitte hat er gerade meine 8 in 0,2 sekunden einfach gefärbt daher warum hast du den 8 in lila gefärbt nein war dann nicht du hast den ganzen container aus gut aber das war meiner nein ist er nicht warum gibt mir wieder ich mache doch nichts ich mag keine anzeige ich bin mir einfach wieder vergessen die ganze sache ich glaube die jungs haben nur eine sprache gibt mir meine bar 1,2,8 wieder du bist jetzt alleine gegen 20 leute von uns ja deine leute guck mal hier was ich meine leute mache du nicht du nicht so du bleibst da schön liegen mein freund du bleibst da schön liegen ich komme jetzt gleich vorbei ich gebe ganz kurz deinen jungs noch mal einen schönen guten tag jetzt hier weil mir reicht das hier leute was ist denn heute wie tag der armee tag der offene tür für meine autos oder was was kann jeder trottel nein 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 so ich glaube mein schwein pfeift leute was ist das jeder klaut gerade meine autos offenes season hier so ich hab uns jetzt mal hier ganz normal die ganzen ballers hier so du auch weg blöd männer alter so du hast mein headshot ey verdammte hunde lasst mich mal bitte in ruhe jetzt hier aber wir gehen aufs auto da können die hunde mich nicht holen leute was machst du mit meinem auto ich bin kein ballers die balls haben mich beklaut ich habe die gerade abgeknallt alle ja könnt ihr mal aufhören schießen ja wenn ich mein auto klauen das hat er nicht gemacht leute das hat er nicht gemacht leute leute ich lass das jetzt hier kurz abschleppen und dann repariere ich es und dann jetzt bin ich batman die hölle heiße man ich weiß wo sein versteck ist leute da oben hinter der brücke ist kein problem ja du denkst du kannst abhauen okay so sms fertig man einmal abholen hier alles okay abgesendet und jetzt batman jetzt gibt es ein blaues wunder alter leute ich heiße nicht army wenn batman dafür nicht büßen wird was er mir gerade angetan hat mit meinem schönen eracht der ist doch gerade mal vertage alt jetzt reicht es mir jetzt reicht es mir leute wir fahren jetzt rüber zu batman und er kriegt sein blaues wunder alter joker ist ein baby gegensatz zu mir wenn ich jetzt mal sauer bin jetzt gibt es richtig jagen wir sehen uns gleich wieder okay leute hier unten muss das versteck vom batman sein leute jetzt gibt es erstmal richtig jagen alter leute ich glaub mein schwein pfeift was ist mit den superhelden derzeit los sind wir alle irgendwie haben die ihr gehirn vergessen in der superheldenliga oder was soll die kacke verdammt alter so ist das irgendeine wache oder so leute da müssen wir uns mal ganz kurz anschleichen gehen leute die werden wir erstmal ausknocken so ich würde sagen mit einem schönen schraubenschüssel leute mit einem schönen schraubenschüssel gibts erstmal einen auf den deckel weil er den helm trägt und mit ganz meiner faust schaffen wir da nix und dann hat er dort geschrien aber sie haben nichts gemerkt sie haben nichts gemerkt leute so okay das oh wie viele sind da eigentlich okay leute müssen das schlau machen erst müssen wir den hier eliminieren ich hoffe dass es nicht zu laut wird oder den dann den okay nein 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 er hat Schüsse gelöst oh er hat dann oh nein er hatte den am Abzug gehabt die Hand deswegen hat er noch Schüsse abgesetzt nein jetzt wisst ihr dass wir da sind egal Leute wir machen das schlau wir machen das schlau wir machen zwar und mit schlau meine ich einfach wir gehen jetzt hier rein let's go schönen guten Tag oh mein Gott oh schnelle Rolle okay sehr gut sehr gut der ist schon mal ausgeschaltet Leute wir wechseln hier auf eine Shotgun weil wir halt im Close Rage Fight sind jetzt oh du musst jetzt go machen okay langsam rein oh mein Gott der hat schon wieder der Pflanze versteckt und du weg und du weg okay Leute wir müssen gucken in den Geheimraum hier gibt es auch einen Geheimraum weg mit dir okay 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 wo 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 ah hier 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 Leute hier drin oh ein Schlüssel ein Schlüssel sehr gut ein Schlüssel Leute Batman ist da Leute ihr wisst was das heißt der raus der raus der raus oh yeah oh yeah und weg damit wir haben das Auto tja Batman stehen bleiben ähm so ein Auto von ihm haben wir schon mal kaputt gemacht Leute jetzt hauen wir ab hier jetzt hauen wir ab hier wir müssen langsam hier hochfahren ein bisschen stecken hier wir müssen stecken hier oh oh Leute wir müssen hier weg wir müssen hier weg oh mein Gott oh mein Gott hä nein nein der ist hinter mir der ist hinter mir Leute und jappah oh mein Gott der ist ein Boost das Auto hier wow 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 aber das ist danach zu kontrollieren ist schwer wir fahren jetzt den Berg mal ganz kurz hier so hoch ich glaube nicht dass man mit dem Motorrad so easy auf den Berg mit kann nein ich habe irgendwas gehört Leute nein der ist hinter mir und Batman tut mir leid aber wenn du meinen R kaputt machst wow oh nein der meint es ernst der meint es ernst und wir machen schnell Speed wow oh yippie und nochmal Speed Leute ich glaube so können wir ihm entkommen so können wir ihm entkommen Leute wir fliegen voll weg guck mal der kommt nicht hinterher oh mein Gott wie gut jetzt müssen wir schnell okay jetzt habe ich noch eine Chance Leute wir fahren den Berg hier gerade so runter ja er schießt komplett in die falsche Richtung Leute ich glaube wir haben ihn wir sind weggekommen geil perfekt perfekt Leute wir sind weggekommen und okay Leute okay 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 wir müssen jetzt hier irgendwo wir müssen gleich versuchen irgendwie hier wegzukommen ey genau ich mache eine andere Seite oh okay sehr gut das haben wir vorbeigefahren Leute und jetzt heißt es wegkommen let's go oh 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 perfekt oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott nein 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 oh okay wir haben den Sturz überlebt und der kann mit dem Motorrad nicht so runterjumpen weil sonst fällt der runter und jetzt können wir ganz gemäßig und ganz chillig abhauen Leute ihr wisst was das heißt wir haben noch eine und muss man jetzt um oh der schießt den Berg noch runter Leute aber ist nicht schlimm ist nicht schlimm weil wir jetzt mit dem Superbus abbauen und tschüss oh 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 wir holen jetzt den Acht ab Leute bis gleich oh Leute wir sind endlich entkommen Alter wir werden erstmal das Batman Auto in meiner Werkstatt verstecken und danach da muss man die Acht eingestehen ah perfekt und der Acht ist doch schon fertig supi dupi ja ja oh oh hallo da sind wir Hausfriedensbruch hey Superman wirklich ich habe schon genug Kollegen von dir heute getroffen ich habe keine Lust auf euch geht bitte weg raus aus meiner Garage hat mein Auto geklaut habe ich nicht er hat mein Auto kaputt gemacht und ich bin dann vor ihm damit geflohen wo äh Spidermans Auto ich glaube das versucht schwimmen zu lernen ja ich versucht schwimmen zu lernen genau bleib still du ey weißt du eigentlich was du angestellt hast lass mich doch einfach in Ruhe weißt du eigentlich was du angestellt hast wisst ihr eigentlich was ihr die ganze Zeit anstellt was du angestellt hast mein Freundchen wisst ihr was ihr eigentlich anstellt Alter ihr verkräftet an normalen Bürgern wir haben nichts getan wir sind dafür da um die Bürger zu beschützen Beidermann hat mein Auto festgesetzt und Batman hat mein Auto zerstört wieso hast du mal daran gedacht ja vielleicht weil die so weil die eifersücht sind weil ich hier den Job überhaupt noch mal habe vielleicht weil du Mörder Menschen umgebracht hast Menschen das sind Leute die mich angegriffen haben mich beschulden haben ich habe mich selbst verteidigt so und jetzt Selbstverteidigung? ja Selbstverteidigung? ja ah ah oh wow wag es nicht dich all zu mischen ja Leute das reicht mir das reicht mir Superman will auch kein Problem Leute kein verdammtes Problem so Leute jetzt reicht's mir jetzt gehen wir zu Superman dem werden wir auch eine Lektion erteilen Leute ist mir egal es reicht mir langsam irgendwann ist auch mal genug Leute die Superelten die haben wir auch mal so viel in die Stadt gehört aber wisst ihr was? kein Problem so wir gehen jetzt dahin boah Leute jetzt reicht's mir wisst ihr was? wisst ihr was? ich werde's benutzen Leute das habe ich bisher einmal in meinem Leben benutzt und jetzt gibt's erstmal richtig Ärger so Leute so Superman du schon wieder es reicht mir es reicht mir willst du hier um dich zu entschuldigen? nein ich bin hier eine Sache zu erledigen okay Leute ich drücke auf den Knopf let's go au au was ist hier los? ja ich hab den Dronkopf gemacht der hier ist mutsam mobben und der will meine Hand der hat mich geschlagen was ist hier los? darf ich bloß den Dronkopf? ja genau das letzte Mal was ist hier los? ey du mach mal ganz kurz hier den Mund zuwenden wenn ich lehre da muss verstanden? so okay was soll ich machen? gib dem eine Lektion so du bist also mein YouTuber von der Merger du bist leise leg dich nicht mehr zu was war das denn für eine schwache Selle? äh was? was war das denn für eine schwache Selle hab ich gefragt? das war eine schwache Selle für dich gar nicht das na das war jetzt glück wegen der Lückhand was war das? ooooh vergleif sich nicht an meinen YouTube Freundin sowas du machst mich irgendwie sauer irgendwie du machst mich aggressiv irgendwie du machst mich aggressiv ja na zau schlagt der Tau sind aufgehende Sönen oh das war es schon? oh jetzt ausgenockt ja gut gemacht Tuan so und du nie wieder Tuan Kopf ausnutzen so Leute oh wir sehen gerade ein Video ja gut ich würde mal sagen Leute das war es gewesen mit dem Video was dir gefallen hat lasst dir ein Like da mit 10 Glocke und ich würde sagen ich glaube ich komme ab mit Superman sein Bugatti tschüss